Guten Abend, Moinsen, hier wieder hoffentlich gut gelaunt bei Perfect Guru. Ich für meinen Teil ja, du für deinen Teil ich hoffe auch und wenn nicht, dann kümmern wir uns jetzt drum. Wird Zeit, die Stimmung aufzubessern. Zwischendurch brauche ich immer mal eine Challenge. Das wird heute ein ganz harter Tag für mich und für dich werden es hoffentlich spannende sieben Wochen, denn ich mache einen Podcast-Marathon heute. Ich mache einen Podcast-Marathon. Und ja, um es noch einmal gleich zu sagen, wir sind alle, alle Content-Creator, sind alles Betrüger. Das wird nicht live ausgestrahlt, es wird vorher schon aufgezeichnet und so. Gerade wenn man mal in Urlaub will oder so, dann bedienen wir uns ja dieser ganz fiesen, bösen Tricks, dass wir so tun, als ob sozusagen das Angebot weiterläuft, aber in Wirklichkeit liegen wir irgendwo auf Bali am Strand und so und lassen völlig automatisiert den Content hochladen. Und nur das mit den Kommentaren beantworten, das muss man noch selber mal machen. Zwischendurch in der Hotellobby, wo der WLAN-Empfang gut ist. Aber wie du siehst, bin ich hier leider in keiner Hotellobby von Bali, sondern in der Lobby meiner eigenen Einzimmer-Apartment-Studio-Geschichte hier. Aber nichtsdestotrotz kein Grund, obwohl das Wetter ist auch scheiße gerade, keine Sonne und so. Trotzdem kein Grund, schlecht drauf zu sein. Und doch, wenn es ein Grund ist, dann kümmern wir uns, wie gesagt, jetzt drum. Jeder darf schlecht drauf sein. Aber wir belassen es nicht dabei. Wir lassen das so nicht stehen. Dafür ist ein Lebenstag zu schade, oder? Und ich versüße mir heute diesen Lebenstag mit einer Challenge. Ich will es wirklich wissen. Sieben Podcast-Episoden produziere ich heute und zwar direkt hintereinander. Das heißt, du wirst die nicht direkt hintereinander sehen, außer sie sind fertig ausgestrahlt und du kommst aus der Zukunft. Dann kannst du dir die alle hintereinander angucken und mir beim Zerfall zusehen, wie ich von Folge zu Folge immer weniger werde. Und wir werden sehen, was in Folge 7 noch von mir übrig ist. Es geht, also es ist jetzt nicht nur Quatsch und mal irgendwie sieben Podcast-Episoden produzieren, einfach weil er es kann, sondern das macht auch ein bisschen Sinn. Denn ich habe mir überlegt, ich mache zu den sieben Lehrschätzen sieben folgen. Also so gern wir uns hier um allgemeine Themen drehen in diesem Podcast. Einfach Spiritualität, Energiearbeit, Alltagsgestaltung und was man so alles machen kann. Und wir immer versuchen so ein bisschen den pragmatischen Beigeschmack, so ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und das Ganze nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich hoffe, du hast dich außer Atem bei. Also so kann ein Meister so außer Atem und so. Das ist, da merkst du schon mal wieder, Korno, das ist alles nicht echt. Alles nicht echt. Der sitzt hier nur rum und weißt du Bescheid. Aber in dem Sinne trotzdem, obwohl alles nicht echt ist, gibt es heute ganz echt die sieben Lehrschätze. Nach Großmeister dann Gongjong. Und nein, es sind nicht die acht Schätze, die man beim Chinesen bestellt. Das ist nicht. Gemüse ist Leipziger allerlei auf Chinesisch, sondern das ist, die sieben Lehrschätze sind wirklich die Lehrinhalte von Großmeister Dann Gongjong. Und soll ich mal versuchen, soll ich mich mal zum Affen machen und versuchen, die aufzuzählen? Ja, an dieser Stelle, bevor wir uns in dieser Folge gleich mit dem ersten Lehrschatz auseinandersetzen werden. Also, ich kriege es hin, wenn ich es nicht hinkriege, weil ich zu verballert bin. Dann werden wir natürlich zu meinen Notizen zurückgreifen, die ich hoffentlich in greifbarer Nähe habe. Aber die sieben Lehrschätze sollte ich gerade noch drauf kriegen. Oder ist das eine geeignete Prüfung für mich? Ja? Ist das eine Prüfung jetzt hier live? Ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Ich hätte jetzt gerne einen Spicker. Korno, mein Assistent. Also, ich bin mein Assistent. Korno, wo hast du meinen? Nein, egal. Ich fange an. Also, der erste Lehrschatz, das sind die fünf Übungen des Wudan-Chigong. Und ziemlicher Kracher. Also, das ist auch mit das größte Gerät schon so. Da kann man eigentlich sagen, wenn du die richtig machst, dann solltest du nicht zu sehr auf die anderen sechs Lehrschätze schielen. Das sollte schon echt was bewirken in dir und echt eigentlich so für viele genug sein, die zu lernen und die zu üben. Der zweite Lehrschatz, da wird schon direkt interessant, ist Seminare geben und Kurse geben mit den fünf Übungen des Wudan-Chigong. Das heißt also, der Rollenwechsel von Schüler hin zu Lehrer, Übungsleiter. Und das als Lehrschatz, wo man denkt, das sind doch auch die fünf Übungen. Nur halt, dass ich sie nicht alleine zu Hause mache, sondern halt vor einer Gruppe vortanze. Wenn du diese Erfahrung mal gemacht hast von, ich habe da eine Gruppe vor mir und übe mit denen Zusammenschigung und vor allen Dingen, ich lehre den Schigung, dann ist das eine ganz andere Übung, weil du sozusagen, da kommen wir noch später drauf, aber um es kurz zu sagen, weil du bei der normalen Schigung-Übung nur nach innen guckst und das innere Vollspektrum wahrnimmst. Und wenn du Seminare gibst, dann richtest du deine Wahrnehmung beidseitig, gleichzeitig nach innen spüren, gleichzeitig nach außen zu den Teilnehmern, zu der Gruppe. Und das erweitert sozusagen auf vielerlei Ebene deine Übung und daher sehr kostbar. Dazu kommen wir dann aber in der zweiten Folge heute. In der dritten Folge heute geht es um das Thema Tischologie. Hatte ich auch schon, ich hatte zu fast allen Themen auch schon mal Podcast gemacht. Ich habe auch schon eine Folge gemacht, wo ich, wenn du sagst, jetzt die sieben Lehrschätze, finde ich interessant, aber sieben Folgen, kannst du das nicht ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie beim Eurovision Song Contest, so am Schluss nochmal. Man kann sich alle irgendwie in einer Folge durchgucken. Die gibt es schon, die Folge. Ich glaube, die heißt bestimmt auch die sieben Lehrschätze oder so. Google sie dir, die Folge. Also da kannst du sozusagen das Ganze im Schnelldurchlauf auch mal dir anhören oder auch natürlich beides. Denn wenn du mir hier lauscht, dann wirst du erfahren, dass ich nicht einfach exakt das gleiche zweimal sage, sondern das könnte interessant werden, sich durchaus beides reinzuziehen und dann die sich ergänzenden Informationen zu nutzen und sich inspirieren zu lassen. Wir waren bei Tischologie. Da gehe ich jetzt nicht ganz weit drauf ein, aber ein paar Wörter müssen sein, weil allein das Wort ist eine Wortschöpfung von Großmeister Dan Gong Jun, der einige deutsche Wörter erschöpft erschaffen hat, geschöpft hat. Okay, Quarneau. Der Gehirnwurm ist noch da, ist aber heute auch wirklich früh am Morgen, weil es ist Marathon und ich dachte mir, ich stehe extra früh auf und lege los. Okay, das heißt erst mal, bevor wir weitergehen mit Tischologie, brauchen wir hier ein Schlückchen Tee oder ist doch klar, um hier uns alle aufzubauen. Hast du auch Tee, Kaffee oder irgendwas? Zigarette im Mund wollte ich gerade sagen. Nein, war uns ja nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, genieß irgendwas, was du jetzt gerade, was, irgendeine orale Befriedigung, you name it und ich gönne mir hier ein Schlückchen Grüntee. Denn wir gehen hier zusammen durch den Podcast, durch die Episode. Wir sind nicht allein. Ich bin nicht allein, du bist nicht allein. Wir sind schon zu zweit, die drei lustigen zwei, imaginär. Okay, wird das heute ein Podcast-Marathon oder nur eine Dokumentierung von wie Korno durchknallt langsam. Wir werden sehen. Bleibt dran, bleibt dran. Tischologie, genau. Tischologie ist eine Mischung von man setzt sich um einen Tisch rum, bringt Dinge auf den Tisch im übertragenen Sinne, sprachlich, Themen auf den Tisch bringen und sitzt um einen Tisch herum und das Ganze, wie das soll diese O-Logie dann, dass es in Psychologie, also dass es in Richtung Psychologie geht. Aber halt nicht das Zweiergespräch, nicht, dass dich da ein Meister oder ein Therapeut mit einem Schüler, einem Patienten hinsetzt und man dann ein Gespräch führt, sondern wenn es geht, eigentlich in Gruppen A mindestens vier bis zehn oder vier bis zwölf Leute. Also in China oft sehr große, runde Tische, wo dann alle drumrum sitzen und dann werden Themen auf den Tisch gebracht und die werden unterschiedlich behandelt. Wie genau und was das, wie das Ganze funktioniert. Also ich sage mal so, dieser Herzensaspekt vom Qigong und dass Qigong nicht nur meditative, fließende Bewegungen sind und in den Körper rein zu spüren, sondern dass wir uns beim Qigong auch tatsächlich mit praktischen, seelischen Lebensthemen auseinandersetzen, auch gedanklich auseinandersetzen. Auch wenn da einige Puristen des Qigong sagen, völliger Blödsinn, wer richtig energetisch Qigong-Übungen macht, der braucht so ein Quatsch doch nicht mehr. Aus unserer Sicht schon. Es mag auch immer sein, wenn du irgendwo im Himalaya hinter der allerletzten Nebelbank in der Einsiedelei für 40 Jahre lang meditierst, dann mag das immer unwichtiger werden, diese Tischologie. Oder vielleicht gerade dann wichtig. Warum willst du 40 Jahre im Himalaya alleine verbringen in der Einsiedelei hinter der letzten Nebelbank? Aber davon abgesehen, wo war ich stehen wie mir? Jetzt habe ich schon einen Hänger hier. Tischologie. Genau. Für unser Eins, für einen normalen Alltag, der geprägt ist von zwischenmenschlicher Kommunikation und wo wir sehen, die meisten Staus, gesundheitlichen Schwierigkeiten und das, was uns am meisten Kraft kostet, ist meistens unsere Kommunikation. Oder eigentlich kann man auch sagen, fast immer. Entweder nach außen, dass wir uns nicht richtig kommunizieren können oder das Timing einfach scheiße ist. Das heißt, wir sagen, das Richtige war immer zur falschen Zeit. Dann kann man auch nicht sagen, man kann toll kommunizieren. Nun ja, da kümmern wir uns drum in der Folge Tischologie. Dann hoffentlich jetzt ein bisschen mehr Schnelldurchlauf. Vierter Lehrschatz, Daigong-Jirze. Die habe ich jetzt falsch ausgesprochen. Ich glaube, Daigong-Jirze. Irgendwie so. Ist auch noch falsch. Ich habe eine ganze Zugfahrt in China versucht, das mit einer Chinesin zu trainieren. Ich glaube, ich bin kläglich gescheitert. Sie war am Schluss, merkte ich, war ihre Mimik, ich habe es immer wieder probiert, entspannter. Es war nicht mehr ganz so schmerzhaft für sie, wie ich Daigong-Jirze ausspreche. Und ich glaube, auch das, es hört sich so, finde ich, ziemlich chinesisch an, aber ich glaube, es ist mega falsch. Es heißt auf jeden Fall übersetzt Energiemassage. Das ist der vierte Lehrschatz. Und jetzt wird die Luft langsam schon dünn, weil jetzt muss ich anfangen zu jonglieren. Was hatten wir schon? Was kommt noch? Wir haben auf jeden Fall noch, also ich muss nochmal, jetzt fängt es nämlich an hier. Ich weiß die alle, aber weißt du, man kommt beim Zählen durcheinander. Also vor allen Dingen, es hat auch eine richtige Reihenfolge. Komm, ich suche jetzt nach dem Spicker. Scheiß drauf. Komm. Was muss ich denn hier als Meister wissen? Was kommt? Nein, also noch einmal zu meiner Verteidigung. Ich weiß natürlich, alle sieben Lehrschätze auswendig und kann die hier runterrappeln. Aber die Reihenfolge, darum geht es. Denn bei den Lehrschätzen gibt es auch eine Reihenfolge. Das heißt nicht, dass man die exakt in dieser Reihenfolge lernen muss. Aber so eine ungefähre Reihenfolge ist das eben doch. Und wenn ich die schon nenne, dann auch in der richtigen. Und genau da stolper ich immer. Das heißt, das fünfte, der fünfte Lehrschatz nach der Energiemassage, ist das Ginsengbad. Also Ginsengbaden auf eine sehr spezielle Art. Und mit speziellem Ginseng, wenn es gut läuft. Auch dazu kommen wir, und dem wird eine ganze Episode gewidmet. Ginsengbad ist auch wirklich so ein Exot unter den Qigong-Übungen. Weil die sieben Lehrschätze, man kann wirklich sagen, das sind alles Qigong-Übungen aus unserer Sicht. Und nicht, ah, die fünf Übungen sind die Qigong-Übungen und der Rest sind halt andere Sachen, die man auch noch macht für die Gesundheit. So würde der Volksmund das wahrscheinlich betrachten. Weil eben langsame, fließende Bewegung, ah ja, das ist dann das Qigong. Nein, guck nochmal den Begriff Qigong an. Qigong heißt übersetzt, die Kunst mit Energie umzugehen oder Energiehandwerk. Und das ist ein sehr offener Oberbegriff. Und darüber freue ich mich jedes Mal immer wieder, dass Qigong wirklich auch so vieles bedeuten kann. Und dass bei den sieben Lehrschätzen nicht Schluss ist. Nicht so von wegen, du darfst nur diese sieben Lehrschätze lernen, danach ist für immer Schluss. Quatsch. Hast du schon mal beim Meister dann gelernt? Wahrscheinlich dann noch nicht, weil da kommt immer was Neues. Also ich wäre sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt und ich wäre sehr überrascht, sagen wir es mal so, wenn ich ihn noch ein, zwei, dreimal besuche und wenn er nicht noch irgendein Lehrschatz. Ich meine, dann ist diese schöne Zahl sieben im Arsch. Das hat er sich dann eingebrockt. Aber es geht ja ständig um Erneuerung und nicht, dass man sagt, so jetzt haben wir alles für immer safe im Kasten und das versuchen wir zu konservieren, so gut es geht. Die sieben Lehrschätze, die müssen jetzt für immer bleiben. Ne, auch so wie ich die sieben Schätze verstehe, sind die zeitabhängig. Das heißt, wenn es gut läuft, altern sie schlecht. Zum Teil zumindest. Die fünf Übungen hoffe ich altern sehr gut. Also mit altern meine ich über die Generation hinweg. Werden wir in 500 Jahren immer noch diese sieben Lehrschätze üben? Ich glaube nicht. Weil im Spirit von Qigong Club, Wudang Neidangung, unserer Linie im Wudang, gibt es die ständige Weiterentwicklung. Und je nachdem, was zu einer Zeit passt, was wichtig ist, das wird genutzt. Also wir gehen weiter mit offenen Augen da lang und sagen nicht, dass was vor 3000 Jahren war, muss genau so auch heute stattfinden. Weil, ja, weil, dass diese Argumentation reicht uns nicht aus. Aber wir werfen auch ein Wissen, was 3000 Jahre alt ist, eben nicht einfach eben in die Mülltonne, weil wir sagen, ja, es fühlt sich für mich jetzt individueller Freestyle fühlt sich für mich besser an als irgendeine Form. So werfe ich alles weg, alles sinnloses Wissen von früher, braucht man nicht mehr. Da würde ich doch sagen, nicht ganz so schnell weghauen. Ich versuche jetzt in der ersten Hälfte der Zeit, jetzt sind wir schon bei 15 Minuten, die sieben Lehrschätze einzuführen, weil von diesem Marathon hier, damit ich noch eine Viertelstunde habe, um hier über den ersten Lehrschatz zu sprechen. Ich wollte jetzt nicht eine Folge lang einführen. Oh Gott, Korno schon wieder. Bleibst du mal am roten Faden? Wir werden sehen, ob ich es schaffe. Weiter geht's. Sechster Lehrschatz. Tee, Kräuter. Die Kräuter Kunde beziehungsweise Tee-Kunde in China, die ich lange Zeit verabscheut habe. Dazu werden wir dann kommen. Aber inzwischen bin ich ganz offen dafür. Also nicht Tee trinken. Ich war immer Teeliebhaber, aber Heilkräuter kaufen und immer kaufen, kaufen und äußere Hilfsmittel war ich nie in Fällen von. Ich dachte immer so, ich will auch ohne, dass ich irgendwas kaufe, gesund und ganz werden und nicht mir meine Gesundheit erkaufen. Und damit habe ich komplett respektlos die chinesische Kräuterheilkunde behandelt, weil ich nur noch in, ich hatte nur noch diese negativen Dollarzeichen in Augen, dass ich Geld verliere und habe überhaupt nicht gesehen, was das für ein Schatz ist eigentlich, die chinesische Kräuterkunde und wie sehr die dir helfen kann. Und nicht nur bei spezifischen Krankheiten, sondern auch ganz allgemein. Stichwort Ginsengbad geht auch ein bisschen in die Richtung. Und dann haben wir noch den siebten Lehrschatz. Yes, ich schaffe es voranzukommen. Siehst du, wie konzentriert ich heute werde? Ich war es noch nicht. Werde jetzt. Das ist die China-Reise. Der siebte Lehrschatz ist die China-Reise. Und ganz kurz zur China-Reise. Damit ist nicht eine touristische Kreuzfahrt auf dem Yangtze gemeint, wo du ein paar Tage lang als innerchinesischen oder in einer Reisegruppe dir ein paar Sehenswürdigkeiten anguckst. Das ist nicht mit China-Reise gemeint, sondern eine Meisterreise. Dass du mit einem Meister zusammen dort zu speziellen Orten hinfährst, um dort zu üben oder zu lernen oder auch auf Reisen zu sein. Es geht also nicht immer nur in irgendein Kloster, wo man dann monatelang überhaupt nicht, gibt es nicht bei uns. China-Reisen finden normal mehr in Bewegung statt. Also oft sehr, sehr viel wird da gereist. Ausnahme waren die letzten beiden Male. Da waren wir ziemlich vor Ort, zum Beispiel in Lushan und haben da geübt miteinander. Aber auch das war nicht so, wie man sich das direkt vorstellt. Sehr einfaches Leben, aber dazu kommen wir dann auch nochmal direkt in der Podcast-Episode. Auf jeden Fall, da geht es darum, dass die China-Reise was mit deiner Übung macht und dass es auch eine Übung ist und dass dieses ganz lange 10, 11, 12.000 Kilometer Reisen, die wir da von Tür zu Tür machen hin und dann auch wieder 12.000 Kilometer zurück. Ich meine jetzt nicht den reinen Flug, sondern von Tür zu Tür so. Das müsste mit 12.000 hinhauen, ungefähr. Das macht was mit uns. Und halt auch nochmal anders als, ja, ja, ich war schon mal in Australien mit Jetlag und so. Das hat mich echt beeindruckt. Ja, ja, Jetlag beeindruckt auch, aber da gibt es noch sehr viel mehr, was diese China-Reise macht. Also da tauchen wir wirklich für meistens 15 bis 17 Tage, so um den Dreh, so lange sind die meistens, die China-Reisen, die wir so organisieren. Manchmal auch einen Monat. Gab es auch schon mal dreimonatige. Vielleicht gibt es die auch wieder in Zukunft mal. Aber im Moment sind das so die Längen von Formaten. Meistens besuchen wir dann meinen Meister. Und dann hast du hier Mini-Meister Korno am Start und Großmeister dann am Start. Also ein traumhaftes Leben oder paradiesisch. Und dann du noch als kommende Meisterin, Meister bist auch noch dabei und schnupperst in die chinesische Luft rein. Herrlich. Wirklich großartig. Aber das ist ein Lehrschatz normalerweise, wenn man mich nicht kennt und auch noch gar nichts mit dem Qigong-Club so zu tun hatte. Aber man ist Multimillionär und sagt, doch, China-Reise ist cool. Das nehme ich mal mit so zum Meister hin. Das ist doch nett. Schenke ich meiner Frau zum 25. Hochzeitstag. Läuft gerade scheiße bei uns. Mal so, weißt du, ich bin fremdgegangen und ja, dann schenke ich jetzt zum 25. Mal eine China-Reise. Es wird ja alles wieder gut. Da würde ich sagen, na, da fangen wir nicht an. Fang lieber woanders an erst mal. Aber die China-Reise kommt dann später. Leg ich erst mal mit den fünf Übungen los, Strauß Rosen und eine Paartherapie. Wäre mein Tipp vielleicht. Ja, oder als Tipp für die Frau, Bein in die Hand nehmen und wegrennen. Wer so einen Mann hat, braucht keine Feinde mehr, würde ich sagen. Aber wir kommen jetzt wieder weiter zu die letzten elf Minuten dieser Episode. So heißt vielleicht sogar die Episode. Ne, die fünf Übungen des Wudang-Chigong. Da kann ich natürlich auch noch viel länger drüber sprechen. Der erste Lehrschatz, auch das allererste, was ich von meinem Meister gelernt habe, waren die fünf Übungen des Wudang-Chigong auf dem allerersten Seminar in Deutschland 1999 in Hannover, als er das erste Mal Wudang-Chigong geöffnet hat nach außen. Und hier somit mit diesem Seminar, aus meiner Sicht zumindest, diese Schule hier geöffnet hat in Deutschland. Und er hat ja auch lange Zeit in Deutschland gelebt, weil er exzellent war und geflohen ist. Warum exzellent? Weil in China zeitweilig Chigong-Meister ein ganz klein wenig verfolgt wurden. Und ja, da musste er dann mal die Segel streichen und über Japan, Thailand, Russland, Ost-Berlin, West-Berlin, Ulm, China-Restaurant Panda am Bahnhof, jetzt schon abgerissen, dann wieder zurück nach Hanau und zurück nach Shanghai zu kommen. Und jetzt lebt er in Lushan und Shanghai, wechselseitig mal da, mal da. Und ja, jetzt haben wir eben noch mal kurz die Lebensgeschichte von Meister dann aufgerollt. Jetzt weißt du, wo er herkommt, wo er überall gewesen ist. Bam. Also und das Korno, dafür hätte ich allein schon drei Episoden gebraucht. Aber nein, heute habe ich meinen Tag hier. Also fünf Übungen. Ich versuche noch darauf einzugehen. Die fünf Übungen des Wudang-Chigong. Wenn du die jetzt kennst, wirst du wahrscheinlich nicht mehr ganz so interessiert sein, weil du denkst, okay, jetzt kommt wieder, es ist ein Übungssystem, Adaptive, bla 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 und so weiter. Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert, weil ich nicht weiß, wenn du schon viel über die fünf Übungen weißt, dann was soll ich dann jetzt sagen? Wenn du noch gar nichts darüber weißt, dann muss ich wirklich mal grundlegend sagen, was das ist. Wir versuchen einen Mittelweg. Also wenn du fortgeschritten bist, musst du jetzt nicht sofort abschalten, weil ich jetzt nicht nur zehn Minuten oberflächlich eine Flyer-Beschreibung hier abgebe. Das kannst du auch woanders nachlesen. Die fünf Übungen sind ein Übungssystem und haben als Spezialität, dass sie ein in sich geschlossenes Übungssystem sind. Das heißt, sie benötigen nicht mehr Übungen und sie decken ganzheitlich das komplette Körper, Geist, Seele-System ab. Du sprichst also alle Ebenen an in dir, die nötig sind, um dein Energiesystem ins Gleichgewicht zu bringen. Und das gilt für jeden Menschen. Das heißt, diese fünf Übungen sind nicht für jeden unterschiedlich oder jeder macht mal eine davon, die besonders gut zu ihm passt, sondern alle machen die gleichen Übungen gleichmäßig. Also gleichmäßig verteilt. Und man macht auch, falls du komplett blutige Anfängerin, Anfänger bist, man macht nicht alle fünf Übungen immer zusammen, sondern immer nur normalerweise zwei Übungen. Also die Übung stehen wie ein Baum, eigentlich immer, das ist so die Energietankstelle und dann eine der weiteren Übungen dazu. Und um so ein bisschen darüber zu erzählen, die Übung stehen wie ein Baum, die steht im Mittelpunkt der Übung, der fünf Übungen. Das heißt, der wird am meisten Wichtigkeit beigemessen. Und das liegt daran, dass wir mit der Stehübung wirklich im Allgemeinen unseren Energiepegel, unser Energielevel erhöhen und damit wirklich wie eine Energietankstelle einfach auftanken. Innere Energie, Lebendigkeit, jung sein, sich wie eine Sprungfeder fühlen, innere Kraft haben, auch Lust haben, inneres Gleichgewicht schlägt sich sofort auf die Psyche um. Wenn du dich körperlich fitter, lebendiger, vitaler fühlst, das ist auch die Nummer eins Übung gegen Depressionen und so weiter und so fort. Und bei schwereren Krankheiten auch diese Übung. Aber da würde ich immer das zu raten, sich langsam an die Übung heranzutasten. Die fünf Übungen der Svodanschigung, die, wenn du hier gerade das als YouTube-Version siehst, den Podcast, gibt es als Link in jeder Beschreibung. Fünf Tage Gratiskurs. Kannst du also, wenn du die Übung noch nicht kennst, einfach wirklich gratis. Alle fünf Übungen. Kommt auch keine, keine In-App-Käufe, gar nichts. Es geht einfach darum, dass wer die fünf Übungen, also das ist für mich ein Grundrecht. Die Betreuung, das Coaching, was ich hier so mache, da kann ich dann auch mal Geld für nehmen und wer dafür Geld zahlen will, diesen Weg zu gehen, zum Beispiel in der Masterclass, Dein Weg der Kraft, wo man wirklich so eingebunden wird in einen Übungsweg und mit, also alltagsbegleitend, die Intensität selbst einstellend, je nachdem wie viel Zeit und Motivation man gerade hat, dann aber trotzdem begleitet, Qigong zu üben über Jahre hinweg, damit das auch wirklich was wird und du nicht aus Versehen an wichtigen Punkten die Übung aus den Augen verlierst. So, also das ist Qigong-Club, die Masterclass, Dein Weg der Kraft, monatliches Abo, also kannst du monatlich kündigen, sehr zu empfehlen, aber kannst du auch direkt loslegen, wenn du weißt, alleine kriegst du sowieso nichts hin, ich war schon immer so, ich brauche Unterstützung, dann geh direkt in die Masterclass, überspring den Gratiskurs. Wenn du aber so einer bist, der sagt, ah, es kostet schon wieder Geld, ich weiß ja gar nicht, ob das was für mich ist und so, dann würde ich dir dringend dazu raten, mach die fünf Übungen den Gratiskurs und schnuppere erstmal rein, guck, ist das dein Übungssystem, merkst du, dass das dich genau so ganzheitlich anspricht, wie du das jetzt brauchst, gerade in diesem Moment. Und wenn du dann sagst, ist ganz nice, das Übungssystem, aber hier, ich habe keinen Kurs, ist niemand, ich bin alleine zu Hause, kann das erstmal für mich so üben, aber ja, gibt es hier irgendeinen Kurs in der Nähe, nee, ich bin hier irgendwo in der Pampa oder so. So, dafür haben wir im Qigong-Club die Masterclass, dein Weg der Kraft und das kannst du dann nutzen. Also vorrangig erstmal für Leute, die alleine üben und sagen, ich möchte Community, ich möchte eventuell alleine üben, aber mit Unterstützung von Korno, dann natürlich größtenteils in Videoform oder nur alle zwei Monate als Skype-Termin, dass man da auch persönlich Fragen stellen kann und zur eigenen Übung, also auch Verbindung zu mir dann hat, persönliche Verbindung, aber nicht meine Telefonnummer und nicht meine E-Mail-Adresse. Du kannst mich nicht 24-7 anschreiben und kriegst immer sofort Antwort und sonst gehst du mir mit dem Messer an den Hals, weil ich nicht sofort geantwortet habe. Das läuft bei uns ein bisschen anders. Also da, wenn du kannst jederzeit bei uns, wenn du Fragen hast, auch anrufen, da geht da, aber da geht irgendjemand anders wahrscheinlich gerade Janine dran und ans Telefon und wird dir alle deine Fragen beantworten und alle Unsicherheit nehmen. Ja, also das sind die fünf Übungen des Wodang-Chigong und ich finde immer den Funfact dazu, dass zumindest so wie ich die fünf Übungen beibringe, Ziel ist, die fünf Übungen eigentlich so kurz wie möglich zu üben und nicht damit man die anderen Lehrschätze nochmal üben kann, sondern wenn wir jetzt erstmal nur bei den fünf Übungen bleiben, dass die fünf Übungen uns ins Gleichgewicht bringen sollen, ja, aber bei einer guten Ausbildung mit einem guten Lehrer, Meister zusammen, sollte es dazu führen, dass du die Übungen so verinnerlichst, dass du die im Laufe der Jahre immer weniger brauchst. Das heißt, dass du im Alltag mehr und mehr Gleichgewicht machst oder dir Alltagsstrukturen und Umfelder schaffst, mithilfe der fünf Übungen, die die fünf Übungen selbst obsolet machen. Ziel nochmal ist nicht, so viel wie möglich ein Leben lang die fünf Übungen des Wodang-Chigong zu üben. Das kannst du machen, ist dir erlaubt und die Praxis zeigt auch, es gibt Phasen, wo man mal mehr, mal weniger übt, aber die Tendenz innerhalb von fünf, zehn, 15, 20 Jahren sollte in die Richtung laufen, dass du die weniger brauchst. Und wenn du nach 15 Jahren immer noch die fünf Übungen des Wodang-Chigong genauso brauchst wie am Anfang, um Gleichgewicht in dir herzustellen, darf ich sagen, spätestens dann wird es mal Zeit, nochmal einen guten Lehrer zu suchen, der dich in der Übung ein bisschen tiefer, der auch ein bisschen checkt, so wie verbindest du Übungen mit Alltag oder nochmal so ein bisschen gezielten Input gibt, was da verkehrt gelaufen ist. Wie gesagt, die Übungen wirken und du kannst ein Leben lang die Übungen machen, du brauchst keinen Lehrer, keinen Meister, mach einfach die Übungen und bam, läuft. Nur die Erfahrung zeigt auch, dass die fünf Übungen, auch wenn man die immer erneuert vom Gefühl, also immer weiterentwickelt und das machen wir auch im Qigong-Club, dass wir die immer aus neuen Richtungen sehen, spüren, obwohl es die gleichen Übungen sind und wir die gleich ausführen, keine neue Anleitung, keine Abänderung, trotzdem können wir immer wieder ein neues Gefühl erzeugen und das ist auch sehr schön, aber es gibt doch Schüler, die dann so die falsche Vorstellung entwickeln, dass es letztendlich darum geht, möglichst viel die fünf Übungen des Wodang-Chigong zu üben und da denke ich mir, ja, am Anfang gerne, aber auch da ist diese Grenze da, dass aus den fünf Übungen nicht eine Sucht sich entwickelt, gibt es auch Leute, die sagen, das ist jetzt mein Ding, da verbeiße ich mich wie ein Pitbull, mache jeden Tag acht Stunden Qigong oder vier bis acht Stunden, so habe ich das gemacht, vier bis acht Stunden Meditation und Qigong, also Zen und Qigong, habe ich phasenweise immer wieder gerne gemacht, viele Stunden am Tag, wie andere arbeiten gehen. Na okay, ja, das war mein Ding und hat ja auch für, aus meiner Sicht, für sehr viel Tiefe gesorgt, also das habe ich ja nicht gemacht, um meine Zeit totzuschlagen, sondern weil ich gemerkt habe, mein Geist vertieft sich, ich kann viel tiefere Zusammenhänge im Leben wahrnehmen und das fand ich sehr spannend, finde es immer noch spannend, aber jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich eher die Vertiefung im Alltag suche und nicht in der Einsiedelei, also eher durch ganz normale Alltagsgestaltung, viel stressiger, alter Schwede, aber ja, sehr interessant, sehr spannend und von daher die fünf Übungen, langsame, fließende Bewegung, die meisten finden im Stehen statt, wir haben bei den fünf Übungen natürlich auch eine Meditationsübung, die bei gerade fortgeschrittenen Übungen und Übenden immer wichtiger wird und das ist auch die offenste Übung, die Meditation, weil wir da verschiedene Module haben, erstmal ganz normal, so drei Anfängermodule, also drei Atemtechniken sozusagen, die wir dann nutzen, aber bei der Meditationsübung, da kannst du wirklich sehr viele Übungen, sehr viele Atemmodule oder Meditationsmodule nutzen, die dann nach und nach auf deiner Übungslaufbahn, wenn du intensiv übst, dir überreicht werden. Immer mal so ganz nebenbei, kommst gerade vom Klo, begegnest einen Meister im Flur und der sagt dir übrigens deine neue Atemtechnik, die Grüße an Olli an dieser Stelle. Olli, du weißt jetzt genau, was ich meine. Ja, cool, dann sind wir schon wieder am Schluss hier von der ersten Folge, die fünf Übungen, ich habe kurz mal drüber gesprochen, aber da ist natürlich die Hauptempfehlung, zieh es dir rein, wenn du sie kennst, dann bitte mit einem breiten Grinsen nostalgisch daran denken, wie schön die fünf Übungen sind. Wenn du sie noch nicht kennst, wird es Zeit, wirklich, also bitte, ja, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Ich kriege hier noch einen halben Schluck Tee und verabschiede mich schon mal bei dir. Wir sehen uns aber gleich wieder, beziehungsweise nächste Woche, bei der zweiten Episode und dann geht es weiter mit Seminare und Kurse geben. Abgefahren wird das, echt mal.